Man kennt die Problematik. High-End-Gaming-Systeme lassen oftmals was Mobilität angeht zu wünschen übrig. Wenn man nicht gerade über ein kompaktes Mini-ITX-System verfügt, wird eine LAN-Party schnell mal zur Schlepperei und selbst dann benötigt man immer noch Monitor, Tastatur und sonstiges Zubehör. MSI stellt sich dieser Problematik und zeigt mit der GT80 Titan-Serie, wie viel Gaming in ein Notebook passt und beweist, dass dieses mit modernen Gaming-Desktops mithalten kann. Schon auf den ersten Blick wird klar, das GT80 Titan ist kein Notebook wie jedes andere. Der Deckel aus gebürstetem Aluminium wirkt elegant und sportlich und gibt dem Notebook ein sehr hochwertiges Aussehen. Auf der linken Seite befinden sich zwei 3,5 mm Klinkenstecker für Kopfhörer und Mikrofon, ein SPD-IF-Anschluss, drei USB 3.0-Anschlüsse, ein SD-Kartenleser, ein Kensington-Log sowie ein Blu-Ray-Brenner. Auf der Rückseite zwei Mini-Displayports 1.2, ein HDMI 1.4-Port, ein Killer-Gigabit-LAN-Anschluss, der sich mit dem WLAN-Modul kombinieren lässt, um noch höhere Datenraten zu erreichen, sowie der Anschluss für das Netzkabel. Auf der rechten Seite befinden sich dann nochmal zwei USB 3.0-Anschlüsse. Beim Öffnen sticht einem sofort die an den vorderen Rand versetzte Tastatur ins Auge. MSI wagt hier ein Novum und verbaut statt der handelsüblichen flachen Notebook-Tastatur eine bei Gamern beliebte mechanische Steel-Series-Tastatur mit Cherry MX-Switches, die ihrem Desktop-Bendant nicht nur vom Look und Feel gleicht. Regulierbare Hintergrundbeleuchtung ist ebenso integriert wie ein 10-Key-Rollover, also das bis zu 10 Tastatureingaben gleichzeitig erkannt werden und Anti-Ghosting, das verhindert, dass falsche Eingaben bei bestimmten Tastenkombinationen übermittelt werden. Über die Steel-Series-Engine-App lassen sich zudem Tastaturprofile und Makros anlegen. Direkt rechts daneben befindet sich das Touchpad mit zwei physikalischen Tasten, das sich außerdem per Knopfdruck in eine 10er-Tastatur umschalten lässt. Oberhalb der Tastatur befindet sich eine Abdeckung im gebürsteten Aluminium-Look. Durch Lösen zweier Schrauben auf der Unterseite lässt sich diese einfach öffnen und man hält so Zugriff auf die wichtigsten Module wie SSDs und Arbeitsspeicher. Das GT80 Titan ist in verschiedenen Ausstattungen erhältlich. Auf www.art.com sind die folgenden drei Konfigurationen zu finden. Die erste ist ausgestattet mit einem Intel Core i7-5700HQ, der mit vier Kernen A2,7 GHz taktet, eine Nvidia GeForce GTX 980M, 16 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD-Speicher, der aus 228 GB Modulen im RAID-Verbund besteht und einem Terabyte Festplattenspeicher. Die zweite Variante ist nahezu identisch mit der ersten, allerdings sind dort zwei GeForce GTX 980M im SLI-Verbund verbaut, für noch bessere Grafikleistung in Spielen. Das leistungsstärkste Modell enthält ein Intel Core i7-5950HQ mit vier Kernen A2,9 GHz, ebenfalls zwei Nvidia GeForce GTX 980M im SLI-Verbund, 32 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD-Speicher bestehend aus vier Modulen im RAID-Verbund und einem Terabyte Festplattenspeicher. In allen Modellen sind zwei WG-Stereo-Lautsprecher plus Subwoofer vom High-End-Hersteller dein Audio verbaut. Die Nahimic Audio Software ermöglicht zudem virtuellen Surround und lässt das Klangerlebnis über die vordefinierten Profile an die jeweilige Situation anpassen. Das Display des GT80 Titan misst in der Diagonale 18,4 Zoll, also 46,74 cm und löst mit Full-HD, also 1920 x 1080 Pixeln auf. Die Farben können zudem über die True-Color-Application an unterschiedliche Anwendungsbereiche angepasst werden. Bis zu drei Monitore lassen sich an das Notebook anschließen, das bis zu einer Auflösung von 4K, also 3840 x 2160 Pixeln, bei gleichzeitig 60 Hz am Mini-Displayport 1.2 und 30 Hz bei HDMI 1.4 ausgibt. Full-HD-Monitore können sogar mit bis zu 120 Hz angesteuert werden, was vor allem Shooter-Fans freuen wird. Über dem Display befindet sich eine Full-HD-Webcam, die Videos in 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde aufnimmt. Eine Besonderheit des Gaming-Notebooks ist zudem die Shift-Funktion, die über die Software Dragon Gaming Center gesteuert wird. Über die Leistungsprofile Sport, Comfort und Green lassen sich die CPU und GPU hoch- bzw. runtertakten, um die Leistung des GT80 Titan jederzeit anpassen zu können. Zusätzlich zum Notebook gibt es ein umfangreiches Ausstattungspaket, goldfarbene Tastenkappen für WASD und Escape, ein Mousepad, eine Handballenauflage sowie ein hochwertiger Rucksack, der Platz für das Notebook und einiges an Zubehör bietet. Wir empfehlen das MSI GT80 Titan allen, die ein Gaming-Notebook ohne Kompromisse suchen, das mit starker Leistung und umfangreicher Ausstattung punktet. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.